Du Leiter, die Steige. Jo. Eine Stiege kann man besteigen. Eine Stiege? Mhm. Oder bestiegt man die? Die besteigt man die Leiter. Na siehste. So, mein Leben ist jetzt noch 5 Sekunden mehr so wieder voll. Na siehste. Ja, ich warte noch einen ganz kleinen Moment und dann... Jetzt habe ich ein gegrilltes Keu gelesen. So. Soll ich das Rest mitnehmen? Ja. Also zumindest das leckere Nasornfleisch und so. Das andere kriegen wir ja gleich wieder, wenn wir irgendwie ein Viech umhauen. Okay, das andere lasse ich dann hier. Ja. Ich kann weiter brutzeln. In dem Feuer. 420 Minuten XP. Ich brauche noch eine. 2 Minuten. 5 Minuten. Na dann. Da dann. 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 Dann da hoch, ja. Ja. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn hier? Rechts Legen Sie sich hier nicht, rechts. Rechts hoch. Ich habe genau gewusst, dass das jetzt wieder kommt. Wo ist er denn hier? Na? Na? Die geht dann nirgendwo rechts weg. Doch. Du bist schon zu weit gelaufen oder was? Ich stehe immer noch am Feuer. Ich bin noch nirgendwo weggelaufen. Naja, aber dann musst du Richtung uns gehen. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Ja, hier. Das ist für mich nicht rechts, das ist links, aber ist real. Und dann hier und rechts. Und hier rechts hoch. Ja, dann ist rechts schon richtig, aber erst seit da links. Und dann, also, werden dir die rechts-links schwächer? Kommt immer drauf an, wie man steht, ne? Wir haben uns nur an deinen... Binne voraus. Ja, rechts-links angepasst, damit du weißt, wo... Oh, das ist ein Terrandus. Aber die hat ja gar nichts, ne? War easy. Ja. Das sind die, die anderen Spinnen. Das andere sind dann die Giftspinnen, wahrscheinlich. Sind wir jetzt wieder da? Ich weiß, wo wir sind. Na? Hier ist dieses riesengroße Loch in der Wüste. Wo wir früher immer Metall gefarmt haben. Okay. Sind wir an unserer alten Basis, oder wie? Nicht mehr weit, ja. Ach, dann können wir die ja plündern, Jen. Äh, ich bin fast voll. Also, so viel ist nicht mehr mit Plünder. Nee. Hier ist das Loch. Hier ist das Loch, genau. Da dürfen wir ja auch noch nicht rein, ne? Was ist da ein Buch? Und, was ist... Journal 7. Ah. Learn squirmen, squirmen, squirming. Irgendwas hab ich gelernt. Was sind das? Ei, tai, tai. Was ist es? Machst du mal. Was denn? Mal gucken, wie das bei dir ausschaut. Squirmen? Guck mal, ähnliche Stelle an. Was zur Hölle. Ach, ich bin ja so... Ich bin ja so hübsch. Keine Weile, ich lebe sehr. Ich schwebe. Ich bin voll da. Ach, ja. Komm, wieder runter. Au. Das hört gar nicht auf, ne? Einmal drück ich. Voll wie auf Drogen. Also, die Geste gefällt mir. Hier wart ihr schon unten? Geh mal davor. Na, ich meine... Wie kommen wir da runter? Also, ich denke mal, dass wir da unten die Arschkarte gezogen haben. Hier ist eine Treppe runter. Geht's da vielleicht runter? Da ist so ein fetter Drachendingsbums da unten. Nein, danke. Ich bleib, wo ich bin. Wo ist die Treppe runter? Ja, aber nein, das muss vorm Podest runter. An den Rand des Lochs. An den Rand des Lochs. Na denn. Da musst du wahrscheinlich runterspringen oder was. Oder irgendwo gibt's bestimmt. Ja, ich meine immer so hier... Auf den Steinen hier, auf den Vorsprung. Aber daher kommst du ja nicht wieder hoch. Ne. Dann bist du unten. Es sei denn, da gibt's einen anderen Außenweg. Auf jeden Fall sind da unten Viecher drinne, die wir nicht haben möchten. Was ist das denn hier? Wir nach Hause oder weiter nach dem Lagerfeuer aus. Stammfackel. Kann man die nehmen? Ne. Das ist ein Ausisfeuer. Ein Ausisfeuer. Wollen wir dann jetzt so quasi nach links und wieder hoch zurück nach Hause? Da drüben mal noch durchlaufen? Oder... Wo jetzt hier, wo ich hier lang glatsche? Ja. 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 Okay. Da hinten ist wieder so ein Camp. Ah ja, die kennen wir doch schon. Das sind die etwas dunkelhäutigeren da. Die haben uns doch schon öfter bespaßt. Oh, hier, Anese. Ja. Ja. Hier. Da ist noch einer. Hüi, komm her, du bist meiner. Noch fünf Sekunden Erfahrung. Erfolg. Gut. Schön. Ich brauche auch Punkte. Ach, ihr seid schon wieder da oben? Ja. Wir warten. Brauche ich auch da. Passt. Aber das Koyo ist mal. Ach, hier ist die Hand. Hier ist die Hand, ja. Mal ist hier bei der Karte da, dass wir schweben und mal sehe ich alles. Das ist Koyo. Also ich schwebe nicht. Ja, du hast ja auch. Hier sind noch so viel Tempel und Ruinenzeug. Vielleicht ist hier der Eingang zu dem großen Loch. Ja, das kannst du haben. Ja, das kannst du haben. Na, lass uns mal hier ein bisschen gucken. Ein bisschen erforschen. Also ich bin unten am Fluss. Oh, hallo. Ich bin nochmal auf dem Fluss mit dem Fluss. Aber hier ist das ein bisschen agree. Ach, ich bin unten am Fluss. Tja, ich bin da auf dem Fluss. Aber da muss ich auch gucken. Ich bin da auf dem Fluss. Ich bin da auf dem Fluss. Ich bin da auf dem Fluss. Oh, komm, 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 komm. Ja, ich bin da auf dem Fluss. Springer wie so ein Äffchen rum und ihr seht mich nicht. Ja, das ist ja schon fast hinter uns gewesen. Wir haben am Fluss rechts oder links lang. Den Namen der... Der geht auch nur... Bleib mal stehen, Jack. Ja? Gucken. Name siehst du erst... Da. Ja. Also jetzt sehe ich Angel. Na, das ist ganz wenig, also... Ne, da musst du schon fast ran. Hm. Hier ist die Hand. Mal trinken. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Ich kann hier nicht trinken. Oder bin ich zu blöd zum Trinken? Ich muss ein bisschen weiter reingehen ins Wasser, denn... Ich bin schon... im Wasser. Ich die Wasserhand. Oh, XP! Oh, ein Nashorn. Das ist ein dunkles Nashorn. Ich habe schon wieder eine Minute. Angehbar. Fäh mal weit ab. Ja, keine Ahnung, Angehbar. Dann drängst du diese hier einfach dazwischen. Kildies. Ausdauer, ja. Also hier ist schon mal kein Eingang. Hm. 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 Was denn der dann? Vielleicht da drüben bei der Hand? Oder war ein Lager, wa? Ja. Ja. Vielleicht ist der im Lager. Der Eingang. Ja. Wir brauchen doch eh Herzen, oder? Hihi. Ja. Na dann, besuchen wir mal das Lager. Das Lager war da... Da oben. Bei der Hand. Ja, da oben. Bei der Hand. Seid ihr alle da? Ja. Ja. Doch. Ätze. Ätze. So, Schwert ist heile. Wird. Ja, jetzt muss ich das heile machen. Warte mal. Hier sind Steine. Reparieren. Fertig. Ja, da bin ich eben dran. Die ist weggejuckt. Viele merken und weichen. Hm. So, da oben ist das Lager. Ja, da kommen wir gar nicht hin. Na doch, da kommen wir hin. Doch, da gehen wir hin. Hm. Da ist der Bogen. Ah, danke. Äh. Autsch. Rechte Maustaste. So. Der Arscher ist schon mal tot. Äh. Der ist auch tot. Hier ist einer mit, mit Fehlgrohr. Ich bin auch gleich tot. Du bist recht. Warum? Ja. Da. Der sind welche hinter mir. Dann darf weg. Ich seh im Ei. Sobald ich bei euch bin sah, habt ihr so schon wieder alle ermordet, eh. Nee, also. Wir können nicht warten. Ja. Da hinten stehen jetzt noch drei, dann haben wir alle. Ja, ich kann im Moment nicht. Ich hab nur gerade mal so fünf Minuten Leben. Wenn überhaupt. Komm. Komm. Okay. Tod. So. Und ein Bogenschützer noch. Hallo. Auch tot. Sehr schön. Dieses Lager ist gereinigt. Kann nicht sein. Hier steht noch einer. Wo kommt der denn her? War doch schon tot. Vielleicht wieder aufgewacht. So ein komischer Kämpfer da. Na mach's gut. Du wolltest ja auch einen töten, ne? Ja. Aber ich glaub, ich bin gleich tot. Du bist tot? Kann mir mal bitte jemand helfen? Ich hab nur noch fünf Sekunden Leben. Ja. Wenn du vielleicht spürst du, welcher du bist. Ich bin jetzt hier hinten. Schmordet einfach den da. Wer da noch lebt. Hier lebt keiner. Ja. Außer Wallert. Ja. Und hier ist noch ne Truhe. Was sinnvoll ist drin? Was haben wir denn da drinne? Wir haben da Eisenerbs. Also Eisenstein. Kohle. Schwefel. 25. Fleischfetzen. Und Fleisch. Wildfleisch. Lieferrückenei haben Weg. Ach du meine Güte. Kannst du alles was bringt mitnehmen? Ja. Na so langsam kriegen wir doch die Lage auch gut in Griff, wa? Jo. Doch langsam. Äh Wallert, hast du deinen Bogen dabei? Ich hab keinen Bogen mehr. Also. Ich hab hier sieben Pfeile in der Kiste. Wo? Bei dir da? Ja, hier. Wo ich stehe. Da hab ich gerade reingeguckt. Hä? Vorna, wir sehen jetzt ob die Fleischfetzen fertig sind oder nicht. Ach ne, Angel. Wo bist du? Ja, das fertige Fleisch hab ich genommen. Was da drinne war. Also diese fertige. Fetzen sind durch. Wildfleisch ist roh. Ist nicht so. Okay. Ja, dann nehmen wir sie mit. Die Pfeile. Ich krieg's ja nicht mehr mit. Ich bin ein bisschen überladen gerade. Ja, caring too much. Ha. Du auch? Ja. Moment. Ich hab noch ein bisschen Platz. Ich schmeiß mal das Fleisch. Ja, hinter dir. Diese Fleischfetzen. Fleisch. Wildfleisch schmeiß ich mal weg. Ja. Okay. Ja. Ja. Da. Ja. 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 Ich hab das jetzt rausgeschnitten. Das waren nur ein paar. Hm. Aber hier oben ist auch kein Eingang. Warum kann ich denn da drinnen nichts platzieren an diesem Beutel? In der Kiste? Äh, in der Kiste kannst du nicht platzieren. In dem Beutel ja. Die Kiste ist nicht von uns. Also die können wir nur lindern. Hm. Ich wollte gerade was in dem Beutel. Hm. Nein, der Beutel ist ja der direkt daneben. Vielleicht hast du doch die Kiste erwischt. Hm. Beuteltasche. E drücken. Mach da bei mir nix. Dann musstest du es rüberschieben. Von, sind wir von hierher gekommen? Von hier unten? Von der Hand? Ja, ne? Ich weiß nicht, wo hier ist. Mist. Ähm, ja. Ich bin unten. Ähm, hast du mir den schnellen Weg genommen? Ja. Ich bin da runtergefallen. Ähm, ich bin bei dem Turm, wenn du zur Hand guckst, links unten. Beim Turm, wenn ich zur Hand gehe, links unten. Okay. Also noch im Lager, da wo wir an der Kiste quasi waren. Ja. In der Kiste links lang, oder was? Also quasi hier, da wo ich jetzt bin, irgendwo. Weiß ich nicht, ich müsste dich dann ja sehen. Weder jemanden da. Das bin ich. Wahrscheinlich. Irgendwo musst du hier da unten und rum. Ja, ja, ich seh dich. Genau da. Da bin ich gerade runtergestürzt. Okay. Ne, wir gehen den, wir gehen den normalen Weg. Mach das. Da müssen wir uns ja da vorne irgendwo treffen. Ja, da haben wir uns. Da. So. In die Richtung geht's Richtung nach Hause. Äh, okay. Das neue zu Hause? Ja, klar. Und dann? Da ist auch noch ein Camp, unten. Hehehe. Hehehe. Rechts wie der Nese. Einen Schleichende. Oh, keine Sonne. Oder ist das hier so ein Typ hier? Weiß ich noch nicht, ich sehe gar keinen. Ich auch nicht. Küste. Vielleicht war der auch unten. Kann ich nicht mehr nehmen. Was waren da drin? Eisen, Kohle. In der Kiste? Ja. Ein Sch... Ein Schieferrückenei. Wird bereits verwendet. Weg. Kann noch was nehmen. Das Schieferrückenei kann ich mitnehmen. Ich hab auch welche. Ach so. Dann... Ja, reinpacken kann ich's nicht. Schieferrückenei. So, jetzt bin ich im roten Bereich ab nach Hause. Gehen wir auf den Weg. Sind wir schon unterwegs. Nicht so schnell. 15 Minuten XP brauche ich noch. Ich brauche jetzt noch... Na... Drei, vier Minuten. Dann nochmal eine Stunde. Ja. Ich hab schon wieder 20 nach. Anheber. Hihihi. Bringst du nicht den nur einen Schlager noch? Nee. Keine Ausdauer mehr. Du musst den abschlagen. Keine Ausdauer mehr. Mal gucken, was das für ein Turm hier noch ist, oder? Ja. Ja. Meine Ausdauer ist unterhalb. Dann mache ich gleich mit. Und voll esse wieder. Ja. Haben wir eigentlich noch genug für ein Lagerfeuer? Sammle gerade fleißig es. Ich weiß nicht, wie es mit Steinen bei euch aussieht. Wir brauchen glaube ich 40 Steine. Stein habe ich null. Stein habe ich 25. Oh, ich habe 125 Steine. Also das sollte reichen. Ich könnte noch ein paar Steine wegschmeißen nachher. 17 Äste habe ich gerade. Wir brauchen aber noch eine 30 oder 40 Stück. Hier sind auch noch Äste. Ich bin auch noch am Stammeln. Ich habe 11. Weil jetzt wird ja gerade wieder Nacht. Dann machen wir hier wieder ein gemütliches Feuer. Hier sind auch noch überall auch noch ein paar. Ich habe 20. Reicht doch, oder? Ja, ich habe auch 20. Gut. Wer hat die Steine? Weiler. Ja, ich habe die Steine. Aber ich habe ja erstmal bei jetzt Zinten. Ah, ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss haben. Danke. Ich schmeiß dir hier Astenten. Sorry. Warte, ich mache meine dazu. Hier, Rainer. Ich bin voll. Ja, dann nimm die Äste, mach das Lagerfeuer, dann bist du nicht mehr voll. Du kannst. Warum kann ich mir keine Äste dazu packen? Du musst dir rüberziehen. Ja, mache ich doch gerade. Du kannst keinen. Du kannst keinen. Du kannst keinen. Objekt in diesem Behälter platzieren. Dann geh einfach in dein Inventar und schmeiß die Äste raus. Dann schmeißt sie automatisch auf den Haufen, wo schon welche liegen. Plopp. Okay. So. Jetzt sagen wir doch erstmal wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Baba. Gehen schlafen. Baba. Kann man ihn noch zum Feuermachen oder sein Bäumchen zum Hacken?